Und herzlich willkommen zu Kommen in den Köln, ja, Alarmsgüfte 3 Part Nummer 57, wahrscheinlich das Finale Wie lange, schauen wir mal rein Dank Ihnen, Commander Existiert die Sowjetunion nicht mehr Ihre verfehlte Philosophie Ist dort, wo sie hingehört In der Mülltonne der Geschichte Mein Sohn, ich bin stolz auf dich Danke, Vater Du hast ihre Zeitmaschine vernichtet Und die Unabwendbarkeit unseres Reiches Wiederhergestellt Ich denke, Vater, wir haben unser Schicksal Selbst in der Hand Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen Denn du bist der direkte Nachfahre Von Kaiser Jimu Dem spirituellen Anführer der Samurai Meister des Bushido Den Weg des Kriegers Ein Mann muss einem Kodex folgen In der Tat, mein Sohn Schließt du dich mir an? Vater, hilfst du mir, unsere Feinde zu besiegen? Es wäre mir eine Ehre Commander, jetzt wird es Zeit, alle zu vernichten Die es wagen, sich dem Reich der aufgehenden Sonne zu widersetzen Let's go Unsere Zeit ist gekommen, Commander Wir haben die Stadt Amsterdam eingekesselt Und nun beginnen Sie mit der Vernichtung der Alliierten Ihr Hauptquartier muss ausgeschaltet werden Und die Wiege Ihrer Waffentechnologie Das Future Tech Forschungszentrum Gehen Sie davon aus, dass der Feind die Anlage um jeden Preis verteidigen wird Seien Sie für uns erfolgreich, Commander Werde ich so rein Und tschüss Zwei alliierte Kommandeure haben ihre letzten Truppen in Amsterdam zusammengezogen Sie verteidigen die Future Tech Zentrale Ja, ich habe auch gleichgestellt Schalten Sie die alliierte Luftwaffenbasis aus Rechen Sie den Widerstand der Alliierten Die Alliierten kontrollieren den Luftraum Sie müssen also zunächst ohne Luftunterstützung auskommen Ist der Luftraum gesichert? Autorisieren unsere Minister den Einsatz von Flugeinheiten Tun Sie Ihre Pflicht, wird der Tenno sehr zufrieden sein Dunga 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 Let's go Finale Finale Dann räumen wir mal auf Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Krieg schnell beenden und siegreich sind Es ist mir eine Ehre, Ihnen dienen zu dürfen Miauch, miauch mit dir Weg damit Da haben wir unsere Basis Wir müssen den Alliierten Stützpunkt zerstören Damit sichern wir den Einsatz unserer eigenen Luftwaffe Viel Glück und möge die Ehre mit Ihnen sein Oh mir das Ach Bereits an Geil, ein riesen Punkt Neues Einsatzziel erhalten Generator Kern Neue Bauoptionen Ich finde das sehr cool mit dem Kern und so Am besten nach hinten Stationierungsort bestimmt Generator Kern Bau abgeschlossen Neue Bauoptionen Affinerie Kern Fernstationierung Beweilt Generator Kern Neue Bauoptionen Kernstationierung Bau abgeschlossen Neue Bauoptionen So Keine Flucheinheiten Das ist so böse Hier sind doch Flucheinheiten Sie werden alle bezahlen Bau abgeschlossen Pause Pause Nein Ich habe doch gedacht Da fehlt doch was Was ist die größte Einheit machen wir Ugami Krieger Sie unterschätzen meine Macht Ich dehne den Kaiser Feindliche Eier in Leiden Eine Einheit wird angegriffen Bau abgeschlossen Neue Bauoptionen Neues Bonusziel Mein Geist ist wach Oh da wohl leider ist schlimm Ob sie mit mir spielen wollen? Sicher Soll ich schon mal die Superwaffen vorbereiten? Ich erwarte ihr Befehle Ja gerne Wie denn? Superwaffen? Ich bin in meinem Zimmer Superwaffen Welche Superwaffen meint ihr? Sie fordern, lass ich sein Haus Ich kümmere mich um den Luftwaffenstützpunkt Ja Wer wagt es mir zu trotzen? Wer wagt es mir zu trotzen? Wer wagt es mir zu trotzen? War das einfach kaputt So Feindliche Einheiten entdeckt Eine Einheit wird eingedriffen Die Superwaffe Wie das ich angehörte Sollen wir Superwaffe? Ja, ja, ja Gut gebaut Ich muss mich dran gewinnen Dass hier so schnell Oh nein Die Krieger haben nicht gewonnen Komm Position nehmen Oh, danke, dass du mich für jung hältst Ich bin doch schon ein alter Sack Oh nein Feindliche Einheiten entdeckt Upgrade abgeschlossen Wird gebaut Neue Bauoptionen Ich kenne die Insekten Wir regeln das schon Ich bin gerade auf der Anberag Ich hab sie Ah So, ist mein Ogami-Krieger. Hab ich überhaupt gar nicht ausgerottet. Ich habe dich geweckt. Lord Foxtrot. Foxtrot? Rückne zum Stationierungsort vor. Eine Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ziel wählen. Er hat mich gelöst. Du kommst hier nicht mehr raus. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten entdeckt. Warte, du nimmst das hier. Meine Klinge will blut. Er hat mich geweckt. Warte, du kannst das sogar... Eine Einheit wird angegriffen. Hast doch... Wir müssen die Protonengollider zerstören. Überlassen sie das mir. Du machst das, ich mache das hier. Feindliche Einheiten entdeckt. Los, meine Krieger. Was gibt es dort? Der Gestank dieser Kanäle ist widerwärtig. Wer ruft? Nun gut. Eine Einheit wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Das wird eine Freude. Unzureichende Mittel. Unser Verbündeter wird angegriffen. Sie werden brennen. Ist das alles? Nein. Was gibt es dort? Ich war noch nicht fertig. Diese lästigen Fliegen. So, das ist ein Einheit. Äh. Unzureichende Mittel. Sind sie die nächsten? Letztes Geschwader bereit. Ah, das lebt noch. Das lebt noch. Das lebt noch. Überlasst sie mir. Die gesagt gerade wollen wir Freunde sein. Oh, creepy. So, das müsst ihr hier packen können. Sie fordern das Schicksal heraus. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Sie müssen schon etwas mehr bieten, als das. Sonst haben sie keine Chance. Ja, Moment. Boah, wir ziehen so wenig ab mit den. Was? Eine Einheit wird angegriffen. Ja. WTF? WTF? Wer wagt es mir zu trotzen? Ich scheiße, wenn die so klein sind. Da können die nichts machen. Was passiert denn hier? Man, wir haben die Frau verloren. Was ist denn da? Du kommst ja auch auf keinen Grundzweig wahr, mein Bro? Oh, oh. Die Alliierten werden uns nicht schonen mit ihren Superwaffen. Schützen sie ihre Truppen mit dem Nanoschwarm. Ziel wählen. Ich weiß auch noch nicht mal wie. Ich weiß auch nicht mal wo die schießen. Sie haben mich geweckt. Fordert mich nicht aus. Unsere Scanner empfangen seltsame Daten. Eine Einheit wird angegriffen, wir Freunde sein. Oh, oh. Jetzt sag ich ihnen, was das Reich der aufgehenden Sonne ist. Ein Fehler in der Zeit verstanden. Dachten sie mit der Zerstörung der Zeitmaschine wäre der Fehler beseitigt. Aber ich kann sie noch stoppen. Oh, oh. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Der Himmel, es regnet Metall. Wird gebaut. Die Sowjets setzen ihre eiserne Vorhangtechnologie gegen die Future Technologie. Satelliten. Was für plumpe Waffen. Eine Einheit wird angegriffen. Was gibt es dort? Einliche Einheiten entdeckt. Letztes Geschwader X bereit. Ziel wählen. Sie fordern das Schicksal heraus. Ist das alles? Und? Ist es Zeit? Sehr gut, die Zerstörung der alliierten Luftwaffenbasis. Jetzt stehen ihnen Lufteinheiten zur Verfügung. Setzen sie sie weise ein. Eine Einheit wird angegriffen. Wird gebaut. Ich habe keine Energie mehr. Das hat mich überrumpt. Weil die zwischen sich werden. Unsere Luftwaffe ist wieder online. Unser Verbündeter wird angegriffen. Generator Kernbereit. Luftraum ist frei. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Diese lästigen Fliegen! Schrauben abgeschlossen. Gibt es die Zerstörung auf? Oh nein, Yuki ist wieder weg. Und weck ich es? Er hat mich geweckt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unterbrochen. Abgekehrt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Mehr Energie. Oh nein, wo kommt denn die Rösten schon wieder hin? Unser Verbündeter wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich dachte, ich habe die Rösten ausgeschaltet. Wer ruft? Ach ne, jetzt kommt die noch hier so nahe. Unser Verbündeter wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Unser Stützbrunsch hat angegriffen. Einfach. Bau abgeschlossen. Überlasst sie mir. Das wird eine Freude. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wird gebaut. Feindliche Einheiten entdeckt. Zielwähle. Begleit. Ist dein Ding da noch ganz? Ah ne, das war die Falsch-Attacke. Warum ist die doch nicht voll aufgeladen? Das war scheiße. Ich glaube wir haben verloren. 102. Unser Verbündeter wird angegriffen. Feindliche Einheiten entdeckt. Scheiße, das wäre schon heftig gewesen. Wieder? Das wird eine Freude. Unzureichende Mittel. Feindliche Einheiten einwecken. Die Decimator bereit. Viel wählen. Unzureichende Mittel. Unzureichende Mittel. Oh yeah. Unzureichende Mittel. Eine Einheit wird angegriffen. Jämmerliche Angriffe. Was gibt es? Unzureichende Mittel. Nun gut. Endlich. Unzureichende Mittel. Eine Einheit wird angegriffen. Einfach. Nun gut. Einfach. Sag mal, habe ich keinen? Doch, habe ich doch. Unzureichende Mittel. Nun gut. Eine Einheit wird angegriffen. Diese lästige Sicherheit. Entfesselt mich. Der Tod ist ein Freund. Letztes Geschwader X bereit. Was gibt es? Boah, ey. Unzureichende Mittel. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich darf falsch. Tod und verdammt. Eine Einheit wird angegriffen. Sie werden brennen. Oh, das war mein Fehler, dass ich den da angreifen ließ auf das. Unser Verbündeter wird angegriffen. Feindliche Einheiten entdeckt. Einheit verloren. Warnung. Ein Proton-Kollider wurde aktiviert. Brennt alles nieder. Nanostarien bereit. Unser Bauhof wird angegriffen. Unser Stiftpunkt wird angegriffen. Okay, dann nochmal. Dann wird das ein großer Pant. Lad ihn. Lad ihn. Lad ihn, lad ihn, lad ihn. Feindliche Einheiten entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Ne, da vorladen. Hä? Eine Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten entdeckt. Der Himmel! Es regnet Metall! Die Sowjets setzen ihre eiserne Vorhang-Technologie gegen die FutureTech-Zentrale ein. Satelliten? Was für plumpe Waffen! Ne, das wird nichts. Äh, Moment. Neustart. Neustart! Neustart! In dieser Stadt wimmelt es von niederem Volk. Wir sollten diese Gestalten im Schwert überantworten. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich wusste, dass es dazu kommen wird. Neues Einsatzstil erhalten. Darauf habe ich gewartet. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Krieg schnell beenden und siegreich sind. Es ist mir eine Ehre, ihnen dienen zu dürfen. Mir ist aber auch eine Ehre mit dir. Einheit verloren. Einheit verloren. Äh. Sie sind nichts. Ich habe mich entschieden. Wir müssen den alliierten Stützpunkt zerstören, damit sichern wir den Einsatz unserer eigenen Luftwaffe. Viel Glück und möge die Ehre mit ihnen sein. Können wir nicht so einen großen, äh, den Tchungun wiederholen? Neues Einsatzstil erhalten. Es gibt Regeln, wisst ihr. Ohne Genehmigung erhalten. Neues Einsatzstil erhalten. Neues Einsatzstil erhalten. Das war schief. mecklant v kärn rücke zu stationierungsort vor rücke zu stationierungsort vor ungeeigneter bauplatz rücke zu stationierungsort vor all abgeschlossen neue bauoptionen zielpunkt erfasst all abgeschlossen mecklant v kärn stationierungsort bestimmt neue bauoptionen so So, wie machen wir das denn jetzt? Ich diene dem Kaiser. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich diene dem Kaiser. Sie wissen nicht, wie das ist. Neue Bauoptionen. Bau abgeflossen. Zu wenig Energie. Wo sind denn alle? Hey, wo sind die denn? Wird gebaut. Kein Fall ist zu groß. Scheiße, guck mal wie schief das ist. Hm. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Abwehrdrohnen bereit. Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Ich heiße Yoriko. Unzureichende Mittel. Mal sehen, was sie zu sagen haben. Ist schon Pause? Soll ich schon mal die Superwaffen vorbereiten? Ich erwarte ihre Befehle. Ja, du sollst machen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Doch das waren die Superwaffen. Die sind jetzt kaputt. Feindliche Einheiten entdeckt. Scheiße. So. Und dann noch das. Und dann müssen wir erstmal schil in die Mitte. Oh, wenn du gehst, dann geh ich mit. Bestimmt wollen die mit dir spielen. Ich habe mich entschieden. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten entdeckt. Neue Bauoptionen. Upgrade abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Ja, nur gern. Ich dehne den Kaiser. Zielpunkt erfasst. Wird gebaut. Ich dehne den Kaiser. Auskämpfen hier. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. What the fuck wo? Unser Bauhofer wird angegriffen. Einheit verloren. Ist meine Kaserne wirklich kaputt? Wird gebaut. Auffassen. Los. Habt ihr das gehört? Diese lästigen Flieh. Unzureichende Mittel. Soll ich was zerstören? Weiter los. Nicht schlafen. Feindliche Einheiten entdeckt. Eilung. Eine Einheit wird angegriffen. Los. Ich hebe sofort eine Armee aus. Gut. Ich brauche eine Armee, aber gut. Letztes Geschwader bereit. Ich heiße Yuriko. Feindliche Einheiten. Er braucht schon Freunde. Ach, Ding ist kaputt. Ich habe euch gewarnt. Ich werde sie alle vernichten. Nun seht mich an. Ich habe mich entschieden. Ob sie mit mir spielen wollen? Sehr gut. Wir brechen sofort auf. Unzureichende Mittel. Sie werden leiden. Sehr gut, die Zerstörung der alliierten Luftwaffenbasis. Jetzt stehen ihnen Lufteinheiten zur Verfügung. Setzen sie sie weise ein. Oh ja, danke. Ich habe auch kein Geld. Ich scheiße. Unsere Luftwaffe ist wieder online. Wird gebaut. Unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Unsure reichende Mittel. BX. Alles ist jede grüße. Niemand ärger. Dojka erwartet Befede. Dojokern. Ach, der Dojokern. Neu-Käste-Stationierungs-Ausfuhr. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Sie werden mich fürchten. Nur weg von hier. Bau abgeknüpfen. Sie sind nichts. Ich reise mal das Ding hier nirgendwo. Unsere Verbündete sind alle. Und das Ding. Ist das von Bedeutung? Ich wusste, dass es dazu kommen wird. Ich habe mich entschieden. Ich stehe über ihnen. Du stehst über mir? Sie werden uns nicht mehr stören. Ach, die Dinger sind aus. Erstmal, dass ich sehe, dass die Dinger aus sind. Nein, ich werde sie alle vernichten. Ob sie mit mir spielen wollen? Sie werden alle bezahlen. Ja, den kaputt, ja. Ah, da ist noch eins. Ach, ne, ist ja sowieso aus. Also ist das egal. Äh, wir speichern mal zwischen. Speichern. Speichern. Okay. Oh Gott, schon 28 Minuten. Sie müssen schon etwas mehr bieten als das, sonst haben Sie keine Chance. Eine Einheit wird angegriffen. Ich bin dabei, ich bin dabei, ähm. Unzureichende Mittel. Feindliche Einheiten entdeckt. Wo ist denn mein... Ach, ist noch nicht fertig, okay. Nun seht mich an. Ich bin nicht verrückt. Wo sind denn alle? Nutzenverlegung abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Einheit verloren. Eine Einheit wird angegriffen. Das reicht. Feindliche Einheiten entdeckt. Warum wollen sie mir immer wehtun? Feindliches Kommando geauftet. Ich habe mich entschieden. Wo sind denn alle? Alter. Ist schon Pause? So viel Laser. Neue Bauoptionen. Gut des Kaisers, bereit. Ich bin verletzt. Fordert mich nicht aus. Eine Einheit wird angegriffen. Ist das alles? Unzureichende Mittel. Nanoschwarm, bereit. Die Alliierten werden uns nicht schonen mit ihren Superwaffen. Schützen Sie ihre Truppen mit dem Nanoschwarm. Ähm. Ich schütze mich. Der Proton-Kollider wurde aktiviert. Jetzt sag ich Ihnen, was das Reich der aufgehenden Sonne ist. Ein Fehler in der Zeit verstanden. Dachten Sie, mit der Zerstörung der Zeitmaschine wäre der Fehler beseitigt. Aber ich kann sie noch stoppen. Okay. Unzureichende Mittel. Okay. Dich demator bereit. Unser Verbündeter wird angegriffen. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Der Himmel. Es regnet Metall. Ziel wählen. Satelliten. Was für plumpe Waffen. Feindliche Einheiten entdeckt. Die Sowjets setzen ihre eiserner Vorhang-Technologie gegen die Future Tech-Zentrale ein. Unzureichende Mittel. Wir müssen die Proton-Kollider zerstören. Überlassen Sie das mir. Jo, lass ich auch. Wird gebaut. Ich hab kein Geld mehr. Ich bin arm, nein. Wird gebaut. Scheiße. Unzureichende Mittel. Alles klar. Feindliche Einheiten entdeckt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wollen die nicht gerade zurückgeschlagen? Diese Scheiß-Schiffe, ne? Ich mein, Russland hat die doch gerade angegriffen. Aber Russland greift uns auch noch an, ey. Zu heftig. Letztes Geschwader bereit. Ziel wählen. Feindliche Einheiten entdeckt. Das glaube ich reicht nicht. Unzureichende Mittel. Natürlich nicht. Los. Entsicherheit. Zerstört mal das Ding. Die anderen kann ich kontern. Irgendwie. Feuer. Scheiß-Dinger. Kannst ja das kaputt machen. Ich hab kein Geld mehr. Scheiße ist das. Unzureichende Mittel. Raffinerie Kern. Upload abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Er läuft. Unterwegs. Bericht. Los. Klar. Licht. Alles im Griff. Was macht ihr denn hier so viel bei mir? Verpisst euch. Feindliche Einheiten entdeckt. Gebet sich an. Du auch. Nanoschwarm bereit. Nanokern wird angegriffen. Ehrenhafte Entlassung autorisiert. Wir sind unterwegs. Nanokern verloren. Wir sehen Sie. Unzureichende Mittel. Luftraum ist frei. Äh. Besingen wir erstmal das hier irgendwie. Mal gucken. Flack weg. Unzureichende Mittel. Eine Einheit wird angegriffen. Unterwegs. Sind unterwegs. Ja zu viel. Flack zu erhöhen. Sind unterwegs. Jetzt. Letztes Geschwader bereit. Verstanden. Alles im Griff. Ziel wählen. Ziel wählen. Unzureichende Mittel. Räu mal das weg. 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 Feindliche Einheiten entdeckt. Dieses Rotlichtpferd lässt nichts im Vergleich zu Nakasso. Dieses Rotlichtpferd? What the fuck? Eine Einheit wird angegriffen. Nein, nein, weg, 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 weg. Patrouliere. Unterwegs. Unzureichende Mittel. So. So. Einheit verloren. Unzureichende Mittel. Ich hole ein Sticher. Was machen die denn da? Ausbildung. Unser Verbündeter wird angegriffen. In Position. Okay. Feindliche Einheiten entdeckt. Unzureichende Mittel. Zerstört erstmal das. Eine Einheit wird angegriffen. Unterwegs. Bereits im Angriff. Nein, fliegt da rüber weg, 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 weg. Das ist zu viel. So. Erstmal das hier wegräumen. Jetzt ist er fertig. Dann räumt er es als Energie weg, 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 und dann, Dutch heißt den. So, das ist doch gar nicht gut gelaufen. Hey, was trefft mich noch an? Ich weiß noch nicht wo. Hey, was kann denn Flugeinheiten jetzt zerstören? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach runtergefahren. So, dann kannst du dich schon mal wieder schön aufbauen. Mein Freund. Ich weiß nicht, was da los ist hier. So, Rocket Angels. Dann wollen wir mal Rocket Angels. Gucken, was da abgeht hier. Warum hier schon wieder irgendwas eingenommen ist. Hier kommt ein Maragepanzer. Weg mit dem Scheiß hier. Äh. Warum sind denn hier so viele Panzer nochmal? Was machen die hier? Ich komme. Wir helfen dir mal. Irgendwie. Nee, das ist Anti-Air. Scheiße. So. Dann... Wo wollen wir denn hin? kommt denn die ganze scheiß die ganzen wie können die delphine dieser cloake leben das wissen wir selber nicht oder sind das high def fischer hier ist ja gar nichts alles ist erlaubt ja ja diese holländer was machen die da ach das hast du schon wir müssen ja auch langsam die kohle ausgehen warte mal macht das kaputt ah perfekt so da hoch einfach durch einfach durch erst mal das kaputt machen dann durch ach so wenig gehört wo hat er denn sein hat er denn sein schleier da eine einheit wird angegriffen so das war dann die allianz die allianz war das aber das gefällt mir nicht hier ach so da war noch eine einheit mal gucken wann unser typ hier durchkommt man viel kann da ja nicht mehr kommen oh hast du hier nicht geklärt man ja man müssen ja die einheiten aufhören nein und zu reichen gemitteln und aufhören wird angegriffen nein vollen schub vorwärts angels und vollgas na komm mal greif mit mir mal den schleier hier an für den ruhm des reiches vorbei lieber und zu reichen gemitteln position eine während wir reden sammeln sich meine truppen ich bin unschlafbar vollen schub feindlicher stützpunkt entdeckt eine einheit wird angegriffen schnell 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 durch einheit verloren saurei unzureichende mittel ziel feindliche einheiten entdeckt der gestank dieser kanäle ist widerwärtig unzureichende mittel der kommt da nicht durch der kommt da nicht durch ne kannst du machen was du willst der kommt da nicht durch der typ kommt nicht durch und unzureichende mittel unbegrenzt munition booster online fliegen wir feindliche einheiten entdeckt vollgas dass die russ noch mal wieder kommen der wiss nicht nachher der ist böse eine einheit wird angegriffen aua feindliche einheiten entdeckt ziel wählen ihr kommt schon auf schläfer hinterhalt bereit unser verbündeter wird angegriffen der kommt nicht durch er ist zu doof ich bin noch nicht fertig mit euch schläF hier Achtung feindliche einheiten entdeckt im obertreffen Einheit verloren ich komme dann greif mal das große furniture trick zentralen an letztes 4x x5 ziel wählen Ja, zur Not haben wir ja gleich die Bombe noch, wenn alles gefallen ist hier. Oh Gott, da kommt ein Panzer. Nein, nicht einen Schritt weiter. Ich brauche mehr Zeit mit dem Chronosphären Prototyp. Ich werde nicht zöcken, eine Katastrophe auszulösen, kapiert. Huh? What the fuck? Sie wollen uns vernichten. Aber das Reich der aufgehenden Sonne steht aufrecht. Machen Sie sie ein für alle Mal fertig. Das Future Tech Forschungszentrum muss dem Erdboden gleich gemacht werden. Ich bin ja dabei, aber... Kommander, Sie müssen vorstoßen. Ich werde Ihnen meine besten Elitekrieger zur Verfügung stellen. Erringen Sie mit Ihrer Hilfe den Sieg. Guck mal, wie viel da ist. Achso. Das ist es also, das letzte Gefecht. Möge das Schicksal mit uns sein. Nichts kann dem König Oni trotzen. Diese König Onis führen uns zum Sieg. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wir werden triumphieren. Eine Einheit wird angegriffen. Mach das kaputt, Bewusstungsseg. Ahhhh. Er hat alle ausgelöscht. Ich dachte gerade, what the fuck. Ziel wählen. Oh, hat keiner Kanon, Mann. Für den Ruhm meines Reiches. Commander, Sie müssen siegen. Machen Sie uns stolz. Dienen Sie Ihrem Tenno. Wir sind dabei. Und... Nein. Nein, 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 nein. Sie sind ein Fehler. Mein Fehler. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Danke, Commander. Sie haben Ihren Ahnen Ehre erwiesen. Und unsere Feinde besiegt. Weil Sie siegreich waren, verleihe ich Ihnen hiermit den Ehrentitel des Obersten Shogun. Prost. Oh yeah. Holy motherfucking shit. Kommander, ich bin an der Nordküste von Oahu. Wirklich wunderschön. Und absolut ruhig. Wollen Sie mich nicht besuchen? Komm Sie schon, Commander. Jeder muss sich doch hin und wieder erholen. Selbst ein Shogun. Ah, so läuft das also. Immer diese Frauen. Wir können auf Weiter drücken. Mal gucken, was dann kommt noch. Nix mehr. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war Kommen in Kong der Alarmstufe 3. Wir werden natürlich noch das Addon spielen, aber nicht direkt. Ich habe erstmal... Äh, Kommen in Kong der Überfluss. Äh, boah. Äh, also... Das ist viel zu viel. Oh, zu viel, viel. Viel zu viel gewesen. Vielleicht eine andere Strategie. Ich will mal gucken. Aber es kommt noch. Also könnt ihr hoffen, äh, Kommen in Kong der kommt sowieso bei mir noch öfters. Ich habe hier auch ein paar Spiele davon. Und ich wollte mal sagen... Schaut in den anderen Let's Play rein. Wenn euch das gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn euch das gefallen hat, gebt natürlich einen Daumen runter. Und ja. Schreibt einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Let's Play, oder? Wir sehen uns in einem anderen Video. Ciao. Ciao.